MP3 Direct Cut – MP3-Dateien bequem schneiden Mit MP3 Direct Cut schneiden Sie schnell und einfach kurze oder längere Tonteile aus einer längeren MP3-Datei aus und speichern diese ohne erneute Codierung ab. Auch das Ändern der Lautstärke von Audio-Dateien ist mit diesem Programm kein Problem. Übrigens, die hier vorgestellte Software können Sie von Shareware.de herunterladen. Folgen Sie dem unten angegebenen Link oder verwenden Sie die Suchfunktion. Klicken Sie auf den Download-Button und laden Sie die Datei herunter. Nach der Installation startet die Anwendung. Beim ersten Start von MP3 Direct Cut wird ein Infofenster eingeblendet, das sich mit OK wegklicken lässt. Im nächsten Fenster legen Sie die Sprache fest. Sollten Sie die eingestellte Sprache ändern, verlangt das Programm einen Neustart. So, nun kann es losgehen. Öffnen Sie eine MP3-Datei zum Bearbeiten. Klicken Sie beispielsweise ganz vorne in die Audiospur und starten Sie die Wiedergabe mit Hilfe der Leertaste. Mit Google Earth den Meeresgrund erkunden. Mit Google Earth können Sie die Wiedergabe stoppen, verwenden Sie erneut die Leertaste. Mit der linken Maustaste können Sie nun bestimmte Bereiche der Audiodatei markieren und hinterher mit der Entfernen-Taste löschen. Im Menü Bearbeiten, ID3-Tag und Datei-Info lassen sich die Tag-Attribute der MP3-Datei festlegen. Aktivieren Sie das Kästchen ID3-V1-Tag anlegen benutzen und tätigen Sie Ihre Änderungen. Nun lassen sich Informationen wie der Titel, der Interpret, das Album und sonstige relevante Daten eingeben. Mit MP3 Direct Cut lässt sich auch der Audio-Pegel eine MP3-Datei normalisieren. Diese Möglichkeit finden Sie im Menü Bearbeiten unter dem Eintrag Pegel normalisieren. Durch diese Funktion wird der Audio-Pegel auf 0 dB normalisiert und es wird sichergestellt, dass Ihre MP3s in etwa den gleichen Lautstärkepegel aufweisen. Schlussendlich sollten Sie die fertig bearbeitete MP3-Datei auch abspeichern. Dies bewerkstelligen Sie Menü-Datei mithilfe des Eintrages Audio komplett speichern. Geben Sie Name und Speicherort an und klicken Sie auf Speichern. So einfach funktioniert das Schneiden, Bearbeiten und Ändern der Lautstärke Ihrer MP3-Dateien. Probieren Sie es doch gleich einmal selbst aus. Mit MP3 Direct Cut können Sie Ihre MP3-Dateien ohne Qualitätsverlust bearbeiten. Auch das Normalisieren der Lautstärke ist mit diesem Programm einfach durchzuführen. Auf der anderen Seite weist die Software eine recht unscheinbare Benutzeroberfläche auf. Das Programm visualisiert Audio-Dateien und erleichtert dadurch dem Benutzer das Erkennen von Pausen oder Differenzen des Lautstärkepegels. Die einfache Bedienung macht das Programm auch für Einsteiger interessant. Darum schneidet MP3 Direct Cut in unserer Programmbewertung mit 5 Punkten gut ab. Untertitelung im Auftrag von Traum